Wir sind im Laufe Nr. 4. Der zweite letzte Lauf, das ist ein richtiger Tag. Wir haben noch einen kleinen Funken im Laufe nach Adi. Aber das wäre definitiv der letzte Lauf. Also noch zwei, oben viele Leute. Und dann, wenn wir die Auswertung, wird die Auswertung fertig gemacht im Rettbüro. Und dann macht man die Zigererung. Und wenn wir schon durch sind, wird man nicht ein bisschen die Zigererung machen, wenn das Wetter so hinzuschauen. Und hier habe ich die Abnahme. Und wir können dann ... Ihr könnt dann auch die Hunde mitnehmen. Ihr könnt dann auch die Zigererung sehen, dass die Zigererung laufen. Das heisst für uns, wir werden die Zigerpodesche nachher aufbauen. Eins, zwei, drei. Und die Fische mit der Preise drücken. Und im Ganzen ... Das ist ein Schöpferdauer für die Kondition. Ich weiss nicht, oder? Ja. Ja, das ist ein Schöpferdauer. Der Haus steht oben, da ist er mit einem Referentur, Sie gerät in Klinge, da.